Ich hoffe, dass wir alle unsere Ausgaben verhindern und dass wir noch mehr Patienten in der Klinik werden. Meine 10-Jährungsleute für 2019 ist es, dass wir zum Jumet gehen. Frohe Weihnachten und ein frohliches Neujahr mit viel Gesundheit und Freude. Mein Wunsch für den nächsten Jahr wäre es, um zu organisieren und zu organisieren eine Erfahrung von Tirochino in Leicester. In der Zukunft würde ich wirklich gerne werden, dass ich ein mehr selbstverständlicher Veteriner und eine Person in mir selbst. Merry Christmas und ein Happy New Year. Ich hoffe, dass alle sehr gute Weihnachten in der Värmste und ein frohliches Neujahr und ein frohliches Neujahr. Ich sage, dass ich ein frohliches Neujahr bin und ein frohliches Neujahr bin. Happy New Year. Happy New Year.